Okay, meine Damen und Herren, heute Abend zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit in Krefelds eine wirkliche Legende des Rock'n'Roll und gleich stehen hier in einer Person deutlich über 50 Jahre Bühnenerfahrung und ich weiß noch im September letzten Jahres, als hier 1200 Gäste waren davon, waren mit Sicherheit 600, 700 überzeugt, der kommt überhaupt nicht, was soll denn in Krefeld? Aber aus der Freundschaft zu Tony und Willi und auch in der Erinnerung an das tolle Konzert des letzten Jahres ist er heute Abend wieder mit seiner Band hier, er hat wirklich auf der ganzen Welt gespielt, bei einem Konzert zum 50-jährigen Bühnenjubiläum in Den Haag, über 10.000 Zuschauer, am 17.05. ist er in Mannheim und am 22.05. bei einem riesigen Holland-Indo-Rock-Festival in Kalifornien. Wir begrüßen heute Abend den Rock'n'Roll ohne Verfeilsdatum. Ladies and Gentlemen, on behalf of Taxi Tony and Taxi Willi, we proudly present for the second happy birthday party, Mr. Andy Tiermann. And we'll be, we'll catch you next time. So e angeesh Certainly the Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 All right! All right! All right! All right! There's a rhyme on my own, anything you do.